Ja, willkommen zurück. Ich fang nicht groß an. Oh, schönes Bild. Ich, sag mir nicht, dass das noch so ein... Ach nee, das ist der Baum hier nebenan. Okay, ich dachte schon hier noch so ein Baumgegner. Äh, ich fang nicht... Also, ja, keine große Ansprache. Ich bin ich, ihr seid ihr. Ich hab endlich alles aus diesem Level geholt. Alles. Jetzt geh ich mal, laut dem Let's Ask Plemo, äh, Video, ne, zum, jetzt geh ich zum Krayraat. Da dürfte ja wieder aufgetaucht sein. Und plus zwei neue. Dürften hier aufgetaucht sein, meine ich. Hast du eigentlich was Neues für mich? Äh, ja, 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 gehen wir schon kaufen. Äh, nein. Gut. Tschüss. Ja, ja, ja. Du bist ja... Arthur? Oder Anton? Ja, Krayraat, genau. Keine Ahnung, wie du hieß. So. Reden. Oh, seid ihr cool. Ihr kommt gerade recht. Oh ja. Es mag eine Weile gedauert haben, aber ich habe einen feinen Fang gemacht. Sehr gut. Nur zu, wirfst einen Blick da... äh, darauf. Gut, zeig mir, was du für mich gefunden hast, nur damit du es mir dann verkaufen kannst. So, einen feinen Fang, ja. Ah ja, mehr Glut. Sehr gut. Göttlicher Segen. Oh. Stellt die P vollständig wieder her und heilt Leiden. Oh, was ist das? Bei diesem Messer, das ist auch neu, glaube ich. Was ist das denn? Blitzurne. Oh. Explodiert und gibt Schaden zu? Okay. Wurfmesser. Ja. Klangschwert. Zwei, äh, Bastardschwert. Zweihänder ist neu. Was ist das denn? Oher Priester, Ritter, Grumpfschwert. Panzerbrecher. Oh. Streitkolben. Kriegshacke. Oh, habe ich die Lieben. Ach, das ist ein Hammer. Ja, als ob. Die Lieben aus. Schwer. Klebe. Okay. Kursbogen. Leichte Armbrust. Priesterglocke. Oh, fünf Glocken. Okay. Oh, so viel. Oh, alter. Wow, wie viel da. Oh, wow. Brauchtsschilds. Zielschilds. 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 Ja, das beste kleine Parierschilds. Elchgeweihschild, Hundschild, Langspitzschild und der Ritterschild, der, den ich auch habe. Schild des Hohenpriesterritters. Ui. Ach, nee, das ist nicht so gut. Standardhelm. Das ist die Lederrüstung. Lederstulpen. Ey, meine Ritterrüstung. Ritterhelm, Ritterrüstung. Ritterstulpen, Rittergamaschen. Assassinen-Kapuze. Liebesmaske. Okay. Was gibt es hier? Gewöhnlicher Pfeil, großer Pfeil, Brandpfeil. Oh. Standardbolzen, schwerer Bolzen. Scharfschützenbolzen. Oh, wow. Was habe ich mit Bolzen eigentlich gehabt? Oh, so viel Schönes. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, wie schön, wie schön. Ich habe mich schon gewundert, wann ich dazu komme, die Ritterrüstung kaufen zu können, wenn ich denn will. So, sprechen. Behalte doch den Ring. So sagen als Dankeschön. Ja, Dankeschön, bitteschön. Ja, mein Beileid, wer auch immer sie für dich war. Ich sollte das Schwert wegstecken, merke ich gerade. Und bleib sicher. Dankeschön. Du hast gerade... Ach, egal. So, wo sind die neuen Gäste? Äh, du da, genau. Ich brauche ich auch. Ich vermute mal, die Gäste sind auf der anderen Seite. Ja, 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 selbst erneut willkommen, was mein Meister mir befehle. Wie viel? So, wahre Stärke entfalten. Ja, 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 ja. So, ich bin Aushöhlung 27 mittlerweile. Ui. Ja, äh, neue Level-Ups. Äh, dafür brauche ich meine Liste wieder. Was wollte ich? Auf jeden Fall, glaube ich, 20 Vitalität wurde mir empfohlen. Und 18 Stärke und Geschicklichkeit? Ich weiß nicht mehr. Moment. Meine Liste muss noch hochfahren. Ach, so, da kommt schnell. Also. Du bist da. Oder? so genau das ist meine lüste die seht ihr nicht die werdet ihr auch nie sehen genau stärke 18 aha okay es gibt nur einmal geschicklichkeit 19 habe ich schon intelligence 10 eigentlich 18 aber so weit brauche ich noch 10 noch ja gut dann mache ich die stärke auf 17 und dann ja bin ich stärker hahaha ich meine ich habe ein level ab ich bin dann stufe 29 so kann ich das noch mal machen seid ihr bereit wegen des finster zeichens lasst eure wahre macht erstrahlen als wäre ich so ein dunkler macht anwender so geht das noch mal das geht noch mal sehr gut und ich werde hülliger und hülliger glaube ich stufe 30 ja bestätigen 18 sehr gut dann hätte ich jetzt stärker 18 kann ich doch mal ich kann was wollte ich jetzt machen ich glaube zauberei werde ich irgendwann soweit leveln müssen bis ich zwei zaubereistoss habe aber glaube brauchte ich noch einmal glaube ich weiß es nicht mehr auf jeden fall vitalität 20 wurde mir empfohlen so ja stufe 31 sehr gut kann ich das noch mal machen bereit ja stufe 32 so das waren jetzt die fünf kostenlosen stufen glaube ich oder stetigen ja das geht nicht oder ah ich werde sehr mächtig geworden weil sie sich alles klären das geht nicht mehr okay ja ja ein tauberer oh moment 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 da hat da keiner neues ne da hat er achso nein kann nicht wenn nichts neues gut okay boah alter hab ich mich erschrocken heidewitzka okay was wollte ich denn nachschauen äh ausbildung status 27 nein 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 das war hier inventar diese das tun hier dunkle siegel gefühlt mit der ansammlung des fluchs habe ich fünf davon wandlungsofen macht seelenwandlung möglich ja da habe ich hier noch diesen gefängnisschlüssel nein ja diesen aufzugsraumschlüssel für was auch immer ich gebrauchen werde keine ahnung so jetzt habe ich fünf dieser dunklen siegel ich bin angeblich sehr mächtig geworden ja das sind meine zauber das sind meine waffen ich glaube doppelte waffen kann ich verstauen ruhigen gewissens achja ich habe hier so eine sklaven kapuze bekommen kannst du die eigentlich anziehen ja natürlich kann ich das ab wie viele arbeitsschuhe ich hier habe was habe ich endlich für bolzen standard bolzen ok ne menge schöner schmuck Erhöht Feuereingriffe auf Kosten der Schadensmitteruhe. Ne. Das ist gut. Das ist auch gut. Ja, auch. Das ist auch sehr gut. Gut, ich habe soweit alles nötige ausgewählt. Okay. Hoch. Was war das für ein Geräusch? Boah. So, was wollte ich denn? Hier, genau. Oh, kann ich sogar tragen. Oh, cool. Soll ich? Warte mal, ich probiere mal... Moment, und der hier? Ich probiere mal den Hut an. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe irgendwie seltsam aus. Mit diesem Hut. Moment. Moment. Okay, okay, okay. Und hier... dieser? Uh, ich bin Kairaard. Ich sehe aus wie... Hier sehe ich aus wie Scarecrow. Genau. Und unter der Maske so ein Gesicht. Äh... Ui. Uiuiuiui. Ich sehe wie eine vertrocknete Pstanze aus. Aber so richtig. Beste aus mir. Beste aus mir. Wie sieht die eigentlich aus? Oh, nicht schlecht. Oh. Goldig. Oh. Boah. Das ist das. Na gut, ich gehe zurück zu meiner Rüstung. Die ist die beste. So. Dann... Die Gäste. Ich vermute mal, die sind auf der anderen Seite. Diese eine Schrein... War das eine ehemalige Schreindienerin? Ich weiß es nicht mal. Und dieser Rittertypie. Da ist sie ja. Genau. Irgendwann wird es hier so richtig voll werden. Wo ist dein Ritter in goldener Rüstung? Hallo. Oh, Champion of Ash. Welcome back. Jopp. I was not meant to be a firekeeper. But I am honored to serve you beside the bonfire. Jopp. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. Okay. Warum bist du denen dankbar? Your wish is my command. Äh. Okay. Oh, wunderbar. Oh, Alter. Was das denn hier? Heilen? FP kostet 45. Von Wirka und... Stellt die P von Wirka und Umgebenden wieder her. Okay. Auffrischung. Stellt die P langsam wieder her. Was das denn? Liebkosende Tränen. Heilt Leiden. Okay. Wirka und Umgebung. Rückkehr. Wirka zum Leucht... Wirka zum... Wirka zum... Z... Z... Zu... Zu... Zum... Wirka zum Leuchtfeuer oder Schrein der letzten Rast zurückkehren. Okay. Äh, der Zauber, den ich jetzt habe. Wie viel Ver... Ach ja. Dankeschön. Ja, dankeschön. Oh, dankeschön. Äh, hier. Wo war das? Ausrüstung? Nein, Inventar. Hier. Fp kosten 27. Oh, Champion of Out. Wollt ihr eine Geschichte hören? Ihr müsst nur fragen. Oh ja. Geschichtentime. Gleich. Oh, Gegenstände kaufen geht ja auch noch. Okay. 45, 30, 14... Ja, okay. Meine Heilzaubere ist schon ganz gut. Gegenstand kaufen. Was hast du denn? Heiligen Ring erlaubt einstimmen zusätzlicher Zauber. Oh, oh, oh. Äh, habe ich noch einen Ring, den ich nicht brauche? Den Blutungsresistenz Ring, glaube ich. Oh, komm, ich nehme mal den, ich nehme mal den. Ja, kaufen. 200 Seelen, jawohl. Und eine Geschichte. No, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. Ich nehme keine, keine Sorge. Oh, if I had a divine tone, I could tell you many tales and more. Oh, eine Bibel. Oh, only I cannot see. Terribly sorry. Oh, oh, oh. Verdammt, nein. Eine, oh, ja. Soll ich dir was vorlesen, mein Enkel? Aber Oma, du bist doch blind. Ach ja, stimmt, ja. Oh mein Gott. Oh, die arme Frau. Toll, jetzt brauche ich eine Bibel in Blindenschrift. Hm. Na gut. Das war die Geschichte. Ich wünsche euch eine angenehme Reise. Ja, danke schon, bitteschön. Äh, ja. Ja, okay. Ich frage mich, ob der Ritter überhaupt hier ist. Diese eine. Na, ihr wisst schon. Ich habe jetzt nicht vor dem hier zu suchen, vor allem, weil Folgenende ist. Du bist wieder weg. Vermutlich unehrenhaft Noobs invasieren. Mit einer High-End Ausrüstung, äh, High-Level, High-End Level Ausrüstung. Oder wie das heißt heutzutage, keine Ahnung. Das bist du hier irgendwo. Ach, ich habe keinen Bock, den zu suchen. So, Folgenende. Ich glaube, wir werden eine Weile mit diesem... Ach, ich habe vergessen, den Ring zu benutzen. Moment. Äh, Blutungsassistenz. Heiligen Ring. Oh, ja. 0,5. Da wiegt sogar weniger, sehr gut. Und Zauberei Storz 2. Ja, geil. So. Zauber einstimmen. Sehr gut. Dann, hier wollte ich, glaube ich... Den Zauber-Schild nehmen. Wollte ich das? Oh, dann nehme ich Pyraman-T. Hm. Ach komm, ich nehme mal den Feuerstrahl. Ein bisschen für... Witcher-Style. Ne? Den, 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 den. 27, 30. Ja, komm, ja. Ich bin Wirtschaftsteil, komm. So. Dafür brauche ich jetzt allerdings auch... ...eine Blammenhand, wenn ich mich nicht... ...suche. Äh, wie mache ich das jetzt? Wenn ich die Hand da nehme... ...so, Waffenforschung. Das dürfte euch auch interessieren. Also. So, jetzt kann ich... ...kann ich Zauberwechsel. Sehr gut. Ah, da muss ich rechts drücken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und das war's auch schon. So, am Leuchtfeuer rasten. Häpp, häpp, ha, 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 häpp. Häpp. Ha, 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 ha. Sehr gut. Ja, ich glaube, das sagt sich so. 19 Minuten, verdammt. Mir wurde noch was empfohlen. Oder ich habe es gehört, keine Ahnung. Und zwar der... Der Schmied, wie auch immer er hieß. Ja, ja. Ich will aufzusehen, wie kann ich euch heute für heute... Was kann ich... Alter Deutsch, was kann ich heute für euch schmieden? Hier, Essos-Blakon... Verklon... Äh... Blalalala... Blakon verstärken. Genau. Essos-Scherbe zum Verstärken des Essos-Blakons benutzen. Ja, denn dafür habe ich die Dinger. Verstärkte Essos-Blakon. Erhöhte Nutzungsanzahl. Oh. So funktioniert das also. Geht gut auf euch achten, damit mein Schweiß nicht umsonst gewesen ist. Hä? Ich habe nach wie vor vier. Hat er mich verarscht? Nein, Gott. Siegbräu regeneriert, TP und stärkt Kälte-Resistenz. Das hätte ich treten müssen gegen den... Äh... Peter-Frost-Typi. Ah... Na gut. Was ist mal im Ernst? Moment. Was ist jetzt hier mit dem... Estos? Estos-Scherbe. Ja. Kriege ich jetzt? Bitte ein... Ja. Ah. Das Bild verändert sich nur. Ah. Die muss sich nachfüllen. Das verstehe ich. Verstärkte Essos-Blakon. Erhöhte Nutzungsanzahl. Ah. Alles klar. Ja, 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 ja. Oh, mein Himmel. Ich bin blind. Sechs Stück. Ui. Ui, ui, ui. Wow. Woher kriegt man die Dinger nochmal? Oh, ich habe noch den Bogen ausgerüstet, wie ich sehe. Kann ich mit dem Bogen eigentlich schlagen? Oh. Na, ah. Hoch, was war das denn? Ich habe mir mal hinterher gekratzt. Ja, 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 ja. Essos-Blakon verstärken. Ja. Ja. Und jetzt? Ach, ne, du verkaufst keine Sachen, ne? Gut. Egal. Geht gut auf euch. Ach, ja, ja. Ja, ja, ja. Das war's für diese Folge. Ich glaube, ich mache einfach mal hier Schluss. Danke fürs Zuschauen. Und nächstes Mal geht es weiter in dem Vateropferungen. Tschüss. 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 Tschüss.